Mein Dieu! Nachdem die Bundesregierung es in diesen schweren Zeiten nicht geschafft hat, etwas für Studierende und Auszubildende zu tun, haben wir uns überlegt vom Team Marktplatz aus dem größten Sozialkaufhaus in Bremen, dass wir etwas tun möchten. Wir haben 1200 Kleider auf Stange, wir haben Vintage, wir haben Hausrat, wir haben Möbel. Studentinnen und Studenten, Auszubildende bekommen bei uns fünf Teile umsonst. Und gleichzeitig kann man mit dem Tragen von gebrauchter Kleidung etwas für die Umwelt tun. Für euch samstags 16 bis 18 Uhr in der August Bibelallee 276. Studihilfe jetzt für die Umwelt.